Wir gehen jetzt einfach mal rundherum. Heute und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft. Okay, wollen wir kurz schauen. Helligkeit hell. Schon besser. So, warum habe ich das auf Dunkel gehabt? Oh mein Gott. So, ähm, 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 bitti, 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 bim, bum, 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 bum. Okay, ähm, was mache ich überhaupt? So, ich versuche gerade, irgendetwas zu tun, in unserer schönen Höhle, und ich habe keine Ahnung, was ich hier tun werde, kann fuck you in your whole fucking life. Okay, ich will jetzt nicht das Ganze in Deutsch, genau, das ist Deutsch, aber dann, das, was ich gerade jetzt spreche, ist Englisch, ja, natürlich, warum nicht, nee, okay, ich will das Display nicht in Englisch machen, genau, das wollte ich sagen, ja, okay. Dann sind wir schneller als schnell, und, ja, wir machen eigentlich einfach hier weiter, wo wir stehen geblieben sind, genau, und, wo waren wir, ja, ne, warte, hallo, hallo, wo waren wir denn, ich habe keine Ahnung mehr, hier, oh yeah, okay, wo, 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 kommen wir durch? Wir, wir sind ja immer noch ein bisschen, ähm, ähm, Diamanten versuchen zu finden, aber ich habe mir überlegt, boah, er hat sich was überlegt. Ähm, naja, ich habe mir überlegt, ob wir jetzt einfach nicht das Ganze ein bisschen vorspulen sollen, und, ähm, das, äh, mache ich jetzt einfach mal, ich mache jetzt einfach mal das Ganze in Speed ab, wenn ich, wenn ich dran denke, ja, ich werde wahrscheinlich sowieso dran denken, bis ich irgendwas Spezielles finde, vielleicht. Und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß bei den, äh, Zuschauern von, äh, Speed, Time, Dingsen, Scheißen, Furzen, Dein Arsch, so, genau. Ähm, und, ja, viel Spaß, tschüss. Ich höre Wasser, woher das wohl stammt? Oh nein, wir sind wieder durch, okay. Gut, dann sind wir durch. Äh, machen wir einfach mal hier weiter. Äh, naja, ich glaube, das wird schon was. Warte mal, auf welcher Höhe sind wir? Ich glaube, vielleicht sollten wir, ähm, weißt du was, ich gehe jetzt auch mal zwei Blöcke tiefer nach unten. Vielleicht finden wir ja da irgendwas. Hab ich ja gerade was gehört? Nee, okay. Äh, dann weiter. Geht's gleich, äh, im Moment gerade jetzt. Oh, das ist schön. Okay, äh, äh, ich höre trotzdem auf mit Speed. Weil wenn wir gerade ziemlich genau hinhören, hören wir irgendwo, dass hier Lava ist. Und es wird, glaube ich, sogar lauter. Und ich würde jetzt nicht gern irgendwie verbrennen. Irgendwo hier ist, glaube ich, Lava. Und ich habe nicht mehr viel Durability da drauf. Ich glaube, hier hinten. Irgendwo. Hm, ich finde es nicht. Okay. Äh, ich glaube, ich sollte es nicht finden. Na gut, ich renne jetzt einfach mal wieder nach hinten und versuche irgendwie, wieder ein bisschen craften zu können. Aber naja, bis gleich. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Oh mein Gott, das sind drei Zombies. Hilfe, die wollen mich sehr gewaltigen. Ich weiß es doch genau. Okay. Hä? Warte, fuck, warum ist da noch ein Gang? Noch mehr Gänge und noch mehr Gänge und... Oh, fuck. Nein. Okay. Ähm, wir sind ja wieder hier. Und... Ähm, was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Naja. Ähm... Schupti-dupi-dupi. Wir gehen kurz wieder zurück dahin, wo wir waren. Nicht hier, nein. Dahin, wo das Lava hier war. und suchen weiterhin nach dieser Lager und nach den Mann natürlich, weil das ist ja eigentlich unser Hauptziel gerade im Moment. Weil ich will ja eigentlich ein bisschen weiterkommen und ich weiß nicht. Mal schauen. Gefunden. Gefunden. Yeah. Okay. Ich versuche jetzt mal Okay, da hinten ist eine Da hinten geht es weiter. Alles klar. Bis hier habe ich noch nichts an Diamanten gefunden. Aber schön, dass wir Lava haben, denn das ist ein gutes Zeichen für Tiefe und für Diamanten. Das ist eine perfekte Hühle. Eigentlich eine Lava-Hühle. Ja. Das eigentlich spricht für Diamanten. So. Aber wir haben immer noch keine Diamanten gefunden. Was eigentlich ziemlich schade ist. Naja. Wir werden schon irgendwann noch Diamanten finden. Keine Angst. Irgendwann. Ansonsten werde ich wirklich benutzen. Also diese benutzen, die wir mal gefunden haben. Aber wir brauchen sowieso irgendwann noch Diamanten. Für ein Chanting Table vor allem. Und das noch mehr Lava. Ja. Cool. Wir gehen jetzt einfach mal rundherum. Nein. Geil. Oh Mann. Endlich. 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 Oh meine Scheiße. Verdammte Scheiße. Wir haben es endlich gefunden. Wir haben es endlich gefunden. Diamanten. 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 Ja. Jam, 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 jam. Diamanten. Okay. Ich stehe jetzt einfach mal ganz nahe dahin. Diamanten. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Meine Diamanten. Fuck. Wir haben schon mal einen Diamanten verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Diamanten. Ich will sie, ich will sie heiraten. Oh mein Gott. Und sogar ziemlich viele davon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum verbrennen wir alles? Alle Diamanten verbrennen wir. Das ist so mies. Wir haben Diamanten gefunden. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben unsere fucking Diamanten. Okay, okay, okay. Was sollen wir hier machen? Diamanten bedienen uns eine neue... Okay, jetzt weile ich mich auch nicht mehr, die Diamanten zu benutzen, die wir gefunden haben damals. Noch mehr Diamanten! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind auf Diamond Rush. Geile Scheiße. Oh Leute, die Diamanten. Ich freue mich sehr so. Oh Gott, Leute, so lange haben wir gesucht nach Diamanten. Okay, so lange ist es auch wieder nicht. Aber trotzdem, so lange, man. Das waren sicher 20 Minuten. Nee, aber es war schon näher als eine Stunde, dass wir wirklich viele fucking Diamanten gesucht haben. Die haben sonst... Ansonsten habe ich sie normalerweise früher gefunden. Nicht erst jetzt. Oh mein Gott, ich suche jetzt noch mehr. Ich suche jetzt einfach noch mehr. Ich will mehr Diamanten. Noch mehr. Aber wir haben so viele. 11. Jetzt haben wir 14, weil die oben da... Da sind uns zwei davon verbrannt. Also davon, nein. Zwei sind verbrannt und jetzt haben... Wir hätten jetzt eigentlich 13. Und plus noch die anderen vier wären jetzt 17. Naja, schade. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt welche gefunden haben. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr froh. So. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt diese Tour erledigt haben und wir alles eigentlich gefunden haben, was wir eigentlich jetzt finden wollen in den Hühlen, so groß, buchstäblich, maßstäblich, so in etwa. 1 zu 20.000. Gehen wir nachher auch wieder nach oben. Auf welcher sind wir eigentlich? Auf der Höhe ziehen. Und da haben wir Diamanten gefunden. Okay. Okay. Wie ich einfach mal noch mehr gegraben habe. Und gerade da waren noch mehr Diamanten. Das war ziemlich geil. Okay. Ich würde sagen, Was machen wir denn jetzt? Sollen wir noch weitersuchen? Oder sollen wir noch kurz nach oben gehen und uns unsere erste Spitzhacke bauen? Ich glaube, Leute, ich gehe jetzt einfach mal nach oben und baue mir eine Spitzhacke. Weil ich bin jetzt einfach so froh und das muss ich jetzt einfach machen. Und ich werde jetzt einfach in dieser Folge unsere erste DIGA-Spitzhacke haben. besitzen. Mein Besitz will ich haben. Das, was ich verdient habe. Und jetzt bekomme ich den Tod. Nein! Alle Diamanten sind verschwunden. Fuck! Aber ich... Oh, Leute. Was machen wir denn noch mehr? Also, was machen wir denn mit den restlichen Diamanten? Wie wir sagen, wir schauen die jetzt erst mal. Oh Gott. Keine Erde mehr. Ähm... Boah, ich habe keine Ahnung, was wir sonst machen. Aber schön. Wir haben endlich Diamanten gefunden. Ich bin so froh. Leute, ich bin so froh. Endlich Diamanten. Ich werde sie jede Nacht fertig... Verdiegewaltigen. Nein, Vergewaltigen. Aber egal. Oh ja. Ich freue mich schon drauf. Diamanten. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Lava, du bist böse. So. Meins. Meins ist sohn. Meins roter Stein. Witzig. So. Blub. Jetzt, 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 jetzt. Schüch, 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 schüch. Bleibt mal ruhig hier. So. Ähm. Mehr Diamanten finden wir anscheinend gerade nicht. Aber sollen wir eigentlich auch recht sein. Eigentlich. Oh, warte mal. Da hinten haben wir noch ein bisschen Wasser. Ah. Oh nee. Übrigens, auf dem nächsten Update wird das die Obsidian-Farm-Maschine weggemacht. Schade. Oh, fuck. Also der Trick. Naja. Schade. Mal schauen. Vielleicht werde ich es noch ausnützen, bevor die 1.8 kommt und uns schnappt. Werte ich wahrscheinlich. Oh, naja. Ähm. Weiter geht's mit der nächsten Spitzacke. Oh Gott. Wie viel, wie viel Lava ist hier noch? Ist ja schlimm. Das Koppelsen übrigens interessiert mich gerade nicht so. Aber unser Leben eigentlich. Unser Leben liegt mir am Herzen. Oh. Hä? Hier gibt es noch mehr Lava? Ach so. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Noch mehr Lava. Noch mehr Diamanten. Oh Gott. Wie lucky kann man denn sein? Noch mehr Diamanten und es kommen noch mehr Diamanten. Oh Gott, Leute. Bitte. Okay. Ich bin froh. Solange noch mehr Diamanten kommen, werden ich sterben. Doch. Dann bin ich froh. Ich bin stolz auf mich. Und ich bin stolz auf uns. Und ja, es sind noch mehr Diamanten. Noch mehr Diamanten. Noch mehr Diamanten. Noch mehr Diamanten. Oh yeah. Ich freue mich ja so. JAHU. Wir können eigentlich noch mal schauen, ob es noch mehr Diamanten dort gab, wo wir es gefunden haben. Weil die sind ja nicht irgendwie immer senkrecht und fragrecht zu finden, sondern auch manchmal diagonal. Oh mein Gott. Wirklich? Das muss ich gar nicht sehen. Weißt du sowas? Keine Ahnung. Leute, das ist Erfahrung. So. Ähm. Aber es ist eigentlich so. Es ist wirklich so. Und deshalb sollte man eigentlich immer noch ein bisschen suchen. Wir haben eine leise Blablabla zu dir gefunden. Wie schön. Sieht doch schön aus mit dem Texture Pack. So. Ich wollte noch kurz fragen. Wie findet ihr eigentlich mein Texture Pack? Findet ihr es cool? Also ihr müsst bedenken, dass ich es gemacht habe und ich kein erfahrener Texturierer bin. Und sondern eigentlich nur ein Let's Player. Eigentlich ein einfacher. Ähm. Naja. Ich würde mal gerne eure Meinung erfahren. Oder sowas. Fuck you. Fick dich. 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 Ähm. Naja. Ich wollte doch gerne eigentlich mal wissen, was ihr davon haltet eigentlich. Doch. Das würde ich gerne wissen. Oh. Hier ist noch mehr Eisen. Oh. Noch mehr Lava. Cool. So cool. Noch mehr Lava. Freut mich ja immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Oh Gott. Jetzt wäre ich fast gestorben. Aber nur fast. Aber ich wäre like es höher gestorben. Mit Diamanten in meiner Tasche. So. Ich würde sagen. Jetzt mitten hoch gehen und so feiern und so. Wird trotzdem wohl nicht mehr hier in diesem Part stattfinden. Ähm. Aber ich freue mich, dass wir so viele Diamanten in diesem Part gefunden haben. Leute. Ich freue mich einfach. Richtig. Ah. Endlich. 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 So. Ich freue mich. Ich freue mich auf alles, was wir noch erleben werden, solange das Projekt noch besteht. So. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss Leslie und tschüss. Warte mal. Ich sammle noch diese Cobble Stone auf und gehe kurz raus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss Leslie und tschau Leute. Tschüss Leslie und tschüss. 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 Tschüss.